Musik 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 Kannst jetzt schon über Wasser laufen? Nein, man! Ich bin die Presse jetzt, ey! Ich will über Wasser laufen, man! Musik Aber Supersprung ist was Neues Dubstep-Kanone Zack Zack Achievement Maximale Stop-Kraft Ja, bei mir vorhin auch Keine Ahnung So, ich hab mir mal einen Sniper gegönnt Ja? Ja Weil man sie ja anscheinend doch nicht bekommt Ähm Schussrad ist mir jetzt egal Schaden Damage Damage Damage, Alter Damage More Damage So Jetzt kann ich nichts mehr upgraden Ich hab bei meiner Sniper Fünf Schaden Und den Monetenschuss Abschüsse mit dieser Waffe geben zusätzlich Bargeld Ah, cool Aber sonst nichts, weißt? Ich kann nicht zielen, ich kann nix, nur Sniper Ja, super, das bringt sie dann auch voll, ne? Ja, hey Das will ich jetzt erstmal testen Hast du eigentlich die Superstärke genommen, ja, ne? Boah, shit Ist die geil Also, wenn der Rückstoß und so noch geskillt wird Awesome Ah, I like Sniper Aber ich verbraucht halt Muni, das ist jetzt so Ja Boah, jetzt muss ich erstmal zu nem Waffen sagen Ja Hier, bei mir ist einer 500 Meter Aber das ist schon doof, ich muss schon die Dubstep-Kanone jetzt noch so lang nehmen Bis ich, äh Bis ich dieses Upgrade hab, dass ich keine Dass ich unantimuni auf Sniper hab Sonst bringt das nix Auf der anderen Seite ist der, oder? Einfach zu mir laufen Ich bin bei dir Ich bin im Haus Genau Ja Ich bin im Stüchter So, dann machen wir da mal Koffi Ja, wollen wir mal gucken, ne? Oh Äh, ich weiß, was wir als nächstes tun werden Ja, was dann? Äh, sag, wenn du fertig bist mit Mit shoppen Dann werde ich dich mit einer Interessanten Sache überfallen Ich hab' nicht genug Geld Ich hab' nicht genug Geld Nicht genug Geld So, jetzt können wir, was gibt's dann? Ja Ne Vorabaktivität Ja Dann Adrenalin Hie fallen Ja Oh ne Wo ist denn das, wo ist denn hier? Du musst in dem Kreis bleiben, in dem Roten, ne? Damit du mehr Punkte fährst die ganze zeit rennen springen und dann klicken ich bin irgendwo weiter weg geflogen ja ich stehe auch irgendwie gerade die ganze zeit durch die gegend du sollst halt irgendwie gegen die autos fliegen ja ja ich bin gerade auch gegen den autos fliegen ah das war aber schlecht ne das war gut ja bei mir war es schlecht 50.000 oder so ja das hab ich auch oh ja das ist gut da hat mich ein auto getroffen und ich kann direkt super weiter fliegen ja ja wenn du nicht wenn dich ein auto trifft oder so dann 120 bist du wieder so im stoßen 180.000 ah scheiß Zaun fuck der hat mich jetzt 128.000 hatte ich gerade wow cool ja sowas brauchst du auch 23 ja schade ja 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 autos on mass auf der autobahn ja auf die autobahn ja 90.000 94 ja 100 140.000 ja ja das haben wir schon mal brauchen ja 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 das ist auch gut ey wenn ich jetzt fast am dingens bin er ist das Auto vor mir war es nicht dann weiter das ist voll lustig gerade fest aber das war schlecht Prozesse was die Autobahn ja ja da muss aber schon eine richtige nein er soll ich bin gegen die Wand geknallt nein 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 über den Wagen drüber geflogen ja ich war das war 70.000 Meter gut 90 100 ich bin leider gerade aus oh oh schaut drauf schaut drauf ja 2 287.000 ein gewöhnliches 340.000 weil wir als 400.000 er hat 20 spektik die krankern hoch wortel weiter Nein, kein Wasser, kein Wasser! Boah! 483.000! Ey, wir brauchen noch 200.000 für Gold. Ja, aber jetzt gerade ist das gerade irgendwie... Äh, Bucky, ich... Ich schwebe hier gerade durch die Luft. Ja, und ich werde nur so überfahren, leider. Mann, der war schlecht, glaube ich. Ah, schade, das schafft man, glaube ich nicht mehr. Oh, wir haben noch 50 Sekunden für 100.000, hallo? Das ist ein gescheiter Sturz. Ja, 400.000 hatte ich vorhin gehabt. Ja, ich habe auch 300. So, ich habe schon wieder 60. 70. Ja, wir haben es. 80. 90. 150. Ja, ich bin auch gerade gut dabei. 40.000. Ja, ne, so weit bin ich nicht. 308. Äh, 328. Nein, die scheiß Ampel! 340. 350. 360. 366. Das ist doch Sinnhauen jetzt, ey. Ja, ja, jetzt geht's. Wenn du das nicht ins Wasser fällst. Jetzt kann ich ins Wasser fallen. Dann geht's. Also wissen wir fürs nächste Mal Bescheid immer schön Autobahn. Ich mach die noch soweit ich kann, ne? Ja, ich auch. Aber bei mir ist gleich... Ah, 281. Äh, 481 meine ich. Ah, okay, okay. Weil, meins dann sogar der Beste, glaube ich. Meiner war ein bisschen mehr. Aber ist ja egal, wir haben es geschafft. 2 Millionen, Alter. Ja, locker. Hey, ich hätte die 481er gar nicht gebraucht. Ne. Guck mal. Wir haben 490 drüber. Ja, ist doch. Ist doch egal. Geile Scheiße. Ist doch nochmal geil, oder? Ja. Deswegen seid, ihr wisst doch fürs nächste Mal Bescheid immer schön Autobahn. Hab ich gerade auf der Karte gesehen. Dass da so ein blaues Ding ist. Und jetzt haben wir das nämlich auch da gemacht. Und jetzt haben wir auf der Karte da nämlich alles, genau. Jetzt müssen wir da drüben noch diese komischen Injektionsscheiße da machen. Da oben ist nochmal so ein Partitionsbedroh. Sollen wir das machen? Was? Hier irgendeine Aktivität, oder? Aber was haben wir denn noch offen? Genug. Also Aufträge ist halt nur noch die drei Hauptquests. Ähhh... Bald gibt's wieder Bargeld. Mit der Spielpause? Sorry, ja. Falsche Taste gedrückt. Kein Thema. Mach ich auch öfters mal? Wobei... Seit drei Wochen nicht mehr. Höhöh. Spaß. Gleich muss ich gleich... auch ins Bett. Morgen eigentlich wieder früh raus. Was ist das für ne Waffe? Was? Was denn das für ne Waffe? Äh... Amerika. Und da her! Was ist meine Amerika Waffe? Nein! Keine Muni mehr! Wieso hat ihr nicht unendlich Muni? Ja, das frage ich mich auch immer bei meiner Sniper. Warum hat die nicht unendlich Muni? Da ist noch was nicht so ganz wichtig. Aber es sind ja nur noch so 10 Level oder so, dann sind wir mal 50 und dann haben wir unendlich Muni. Aber ich glaube auf diese Dinger, wo sich so selbst aufladen, ist das gar nicht. Die laden sich dann vielleicht schneller auf oder so, aber... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Bargeld, Bargeld, Bargeld. Für 4? 26 hab ich bekommen. Also ich bekomme immer so 26. Ja, 26.950. Genau, und dann mal diese ganzen Aufgaben, Equestions und so, Spaß noch machen, dann gibt's auch noch mal mehr. Naja, deswegen habe ich gerade ja auch 40 gekriegt. Soll man eigentlich mal eine Insel irgendwie fertig machen? Die rechte sieht gar nicht mal so schlecht aus. Oder willst du jetzt pennen? Gehen? Gleich, ja. Ja, was machen wir noch? Dann, wenn du gleich sagst? Rechts von dir. Äh... Den da. Den da. Lass uns doch hier, äh, Mechanzug-Vanalismus machen. Hab ich doch schon angeklickt, genau. Oh Gott. Äh... Äh... Warte. Hm. Ja. Dann nicht. Blöder Scheiss. Datensammlung wollte nicht, wie ich es wollte. Egal. Egal. Yeah, Junge. Fühle ich mich wie in StarCraft. Äh, wie war das nochmal? Ich drück einfach beides, mir egal. Schüssen und laufen. Schüssen und laufen. Schüssen und laufen. Schüssen und laufen. Nicht laufen, wieso schießen wir? Äh... Die Aliens geben am meisten Punkte, ne? Ja, halt diese roten. Ja, da wurde angefangen. Ja, ja, das sind jetzt halt Elgin. Einfach überstampen. Wir wollen nicht, ich kann die ganze Zeit schießen. Ja, du kannst die ja auch. Überhaupt. Ich bin auf. Immer schön alles mögliche abballern, dass die Kombi schön hoch ist. Und dann... Genau. Ja, das ist ja grad nichts bei mir, so. Der läuft geradeaus weiter nicht. Bei dir dann was kommen eigentlich. Ja, Junge. Aber wir haben jetzt noch nicht mehr so viel Zeit. Nee. Ich versuch grad so schnell wie möglich dahinten zu kommen, aber das ist echt schwierig. Ich hab mich falsch gelaufen. So, egal wie du läufst. Hauptsache die Combo ist oben und... Äh... Die Kohle kommt rein. Ja, okay. Ja, okay. Na komm, Pulse. Pulse, gut. Mach mal die Pulse. Die gehen nicht wirklich gern. Alter, ich bin so waffenfreit gelaufen. Du bist schon auf der Road, wo die ganzen roten Typen sind, oder? Ja. Gut. Dann musst du diesmal... ... guck mal. Ach, ich hab's schon die ganze Zeit. Ja. Ja, das... Konnte das Ding nicht auch fliegen? Ja. Doch. Der ist noch da drin. Boah, das halbe ist nicht da runter. Doch. Ja, aber bei mir wird das Teil gerade nicht kaputt gehen. Ich kann's noch nachkommen. So, jetzt. Oh, der gab viel. Hä? War's schon? Oh. Aber wir haben Glück gehabt, dass wir gerade Bronze gekriegt haben. Ja, schon, ey. Alter. 1,2 Millionen, ja. Ich bin halt falsch gelaufen, ne? Ich dachte so, ja, ich lauf's um und dann war's doch. Ja, kein Problem. Ja, irgendwann mal. Kein Problem. Das wird schon. Es ist jetzt einfach nur gut, dass wir hier das gemacht haben. Nicht Aufträge. Karte. Weil jetzt haben wir hier das Gebiet ziemlich weit schon. Ne? Ja. Ja. Da oben ist noch so ein Betrug und dann ist noch ein Unruheherd. Und dann halt diese komischen anderen Sicher... Sicherheitslöschungen und Vandalismus. Also Spaß. Ja, ja, ich weiss, ich weiss. Mach man noch was, oder? Ja. Ne, ich glaub jetzt. Da ist noch was. Da ist noch was. Es ist großartig, zu schauen, wie ich damals war. Ich bin konstant aus meiner Meinung, immer nach der nächste Partie. Du denkst, nachdem ich mein eigenes Dating-Show bekam, wäre ich noch mehr wie ein Trainwreck. Aber TV-Tv ist hartes Arbeit. Wer hat Zeit, um zu sparen, wenn sie auf 6 Uhr gehen müssen? Ah, ja. Ah, hier. Sprint übers Wasser laufen. Was? Bei denen dir alle Silbermedaillen im Tempospalt. Um auf Wasser laufen zu können. Are you kidding me? Wie viel haben wir da? Eins von drei. Eins von drei? Sind nur drei Spaltdinger oder was? Tempospalt. Tempospalt. Äh, Silbermedaillen... Beim Tempospalt.